Wir benötigen eine Seeterrasse mit Mittelmeerküste für 1.570.000 Euro und da ist der Sand noch nicht mal dabei. Space Shuttle Anbindung für schnellere Heimfahrten kostet sie gerade mal 12 Millionen Euro extra. Die Zukunft der Studenten, daran muss gedacht werden, da sollten sie schon 2-3 Millionen einplanen. Nicht zu vergessen, Freizeitausgleich. Da empfehle ich ein Wildwasserpark und ein Streichelzoo. Heutzutage auch Standard in jedem guten Medienhaus sind Kräutergärten mit schlesischen Zuchtkartoffeln. Botoxbar für kleine äußere Eingriffe und natürlich WLAN-Föhne im ganzen Haus. Nicht zu vergessen, eine Kaffeemaschine für 7,95 gibt es im Angebot bei Lidl. Macht summa summarum 21.576.000 Euro und 95 Cent. Professor Hilmer ist geschockt. Dass so viel fehlt, hätte ich nicht gedacht. Das habe ich natürlich nicht mit einberichtet. Danke, Frau Zweger. Sie haben mir wirklich die Augen geöffnet. Schön, dass ich helfen konnte. Ein weiterer Erfolg für Petra Zweger. Hält sich Professor Hilmer an ihren Finanzplan, befindet sich die Hochschule mit weiter noch vor dem Neubau im finanziellen Ruin.